Hey Leute was geht ab Luca am Start. Heute mit einer Runde Fortnite und zwar werde ich in jeder Region eine Runde spielen halt und ja das bedeutet halt Europa, Ozeania und irgendwann werde ich halt einen richtig schlechten Ping haben und ja wenn ich sterbe wechsle ich halt die Server und ich würde sagen bis gleich. So Leute wir sind wieder da im Zero Build Mode und wir werden einfach mal hier unten irgendwo landen. Ich würde sagen hier landen wir einfach mal. Dann werden wir wahrscheinlich irgendwo hier hingehen oder so. Ja und dann gucken wir mal ob wir einfach Gegner finden. Ich würde sagen wir sehen uns wieder wenn ich gelandet bin. So Leute ich sehe hier gerade ein fliegt direkt ein Gegner rum. Den werde ich mir suchen direkt so holen natürlich. Mit meinem Aim ist das auch definitiv möglich. Jetzt habe ich direkt keine Munition mehr und weiß wie ich euch bauen soll. Okay ich glaube ich glaube ich habe ich einen Pumpt. Okay ich glaube ich habe ich einen Pumpt. Und dann habe ich einen Pump. Und dann habe ich einen Pumpt. Okay okay okay. Und dann ging ja. Nice. Erster Kill schonmal. Und auch wieder ein bisschen Munition für die Eier. Sehr gut haben wir hier irgendwie. Gute Raffe. Und hier nehme ich mit auf jeden Fall. So jetzt ein bisschen Schild mitnehmen. Hier haben wir irgendwo eine Kiste über mir. Gehen wir gleich hin. Ähm. Ja jetzt erstmal ein Schild können und alles. Bisschen Equipment. Und dann auf die Suche machen wir auch den nächsten Gegner würde ich sagen. Okay Leute ich würde sagen wir machen uns jetzt mal auf den Weg woanders hin. Ich würde sagen hier wo ich auch eben wollte schon. Ähm. Und ja Schildzeilen gehen dann einfach nach. Also wir machen uns auf den Weg und gucken ob wir auf dem Weg Gegner finden oder so. Oh ja oh ja oh ja. Da ist einer. Ich würde sagen wir gehen hoch. Und. NICE! Ich habe ihn auch geholt. Der war zum Glück auch nicht so gut. Ja. Läuft auf jeden Fall besser als die erste Aufnahme die ich gemacht habe. Weil da habe ich halt Bildmord gespielt und da bin ich die ganze Zeit gestorben. Deswegen spiele ich jetzt Zero-Bild und hier läuft es definitiv besser schon mal. Deswegen... ja und, ähm, wir gehen jetzt weiter natürlich, nach da hinten. Vielleicht finden wir ja da auch noch einen Gegner. Ja, also mit dem Jumphead können wir einfach da hinfliegen und vielleicht finden wir noch einen Gegner. Wenn nicht, dann fliegen wir für direkt weiter mit dem Jumphead, was hier ist. Ja, doch, 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 hier ist ja nicht so, nach dem sehe ich doch direkt hier laufen. Der ist hier unten. Okay, okay, ganz doch nicht. Nein, 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 das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht. Egal, der hat keinen Eam. Okay. Das, das. Die Frage ist, was ist jetzt hier der echte Gegner, weil der hat auch einen Bot dabei. Okay, ich weiß jetzt, dass der echte Gegner, dass der Bot ist. Ja, okay, der gibt mir natürlich, oh wow, ja, nein, es war so knapp, ja, okay, dann müssen wir jetzt Server wechseln, bis gleich, Leute, okay, Leute, wir sind jetzt wieder im Battle und das ist jetzt auf dem nordamerikanischen Server im Osten, jetzt direkt schon mit einem 100er Ping oder auch 130, also zwischen 100 und 130 ist der Meisten, deswegen können wir jetzt auch gar nicht mehr so offensiv landen, da, ich glaube, der kommt mit, ne, der fliegt weiter, die fliegen alle weiter, das ist gut, das ist gut für uns erstmal, oh, warte, der kommt mit, oder? Ne, doch, hier, hier, hier. Okay, den haben wir schon mal geholt, zum Glück haben wir die Waffe bekommen, sonst wären wir es tot gewesen. So, die hören wir uns auch noch, so läuft der da unter die Türke, das war echt unverliebend, dass der da unter die Türke einfach läuft, aber ne Pump haben wir schon mal, ne AR auch, und ein bisschen chill haben wir auch, da freuen wir uns noch mehr einen Piep, ja, jetzt haben wir schon mal ein bisschen ausgelöst, jetzt haben wir uns den besten Mut, aber schauen wir uns ein, was wir brauchen. Hey, ich trink grad mit Begin und dann finde ich hier irgendwelchen lieb. Ist auch alles hier ganz, ganz doof. So, hier über mir ist glaube ich noch eine Kiste. Ja, hier. War mal ein anderer AR. Eingern wir ja schon mal, das ist eigentlich schon mal gut. Ich würd sagen, wir gehen jetzt mal direkt woanders hin. So, okay Leute, ich glaub, hier sind ein Gegner oder ein Gegner. Ich weiß es nicht, ich glaub, ob ich jetzt hier noch gelandet. Wenn nicht, dann ist das auch gar nicht so... Doch, 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 doch. Hier sind sogar zwei. Finde ich nicht so nice. Der hat auch ne Pump. Ich denke, dass der keine Legs hat und grad einfach so auf dem Server hier spielt. Ernsthaft. Okay. Aber ich hab schon noch irgendwo angeschossen. Ich weiß aber grad nicht von oben. Das war doch nicht. Ja, 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 vor mir, vor mir, vor mir, vor mir, vor mir, vor mir, vor mir. Okay. Okay. Okay, der haben wir bekommen. Okay, okay. Der war schon ein bisschen besser. Aber auch nicht. Gut genug, um uns jetzt aufzuhalten. So, dann machen wir uns mal kurz voll oder fast voll oder fast voll. Ich glaub, voll schaffen wir nicht. Ne. Wir nehmen das Katana mit. Und suchen weiter nach Gegnern. Deswegen. Ich glaub, der ist einfach hier irgendwie, ne? Ja, 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 direkt hier. Okay. 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 So, dann hast du noch ein paar Sekunden. 19. Dead. Okay. Äh, oh, das ist der fünfte Kill. Das ist, also... Bis jetzt läuft die Runde eigentlich sehr gut. Ich glaub, dass es so weiter geht. Ich geh mal kurz hier in den Busch und bin gleich wieder im Start für euch. Weil ich so schwer adjusen will. Aber Luft, ja, Luft, das ist gut. Jetzt kommt hier jemand. Ne, nicht so geil eigentlich. Ich hab Angst vor dem. Ich hab wirklich Angst vor dem. Wirklich. Ich hab wirklich Angst vor dem. Rand. Wirklich. Komm, den Klingel, den Klingel. Oh mein Gott. Wir haben hier. Ich hab hier. Kurz Katanaweg machen. Das war so knapp, Alter. Hast du denn noch was anderes zum Heiden dabei? Nein... Nee... Eigentlich nicht wirklich... Das war richtig knapp... Hier drinnen ist bestimmt noch... Jetzt bräuch ich wirklich streng teile... Ja hier... Wenn wir die jetzt noch holen, dann wäre das richtig gut... Vielleicht schaffen wir noch 10 Kills... Und dann wenn wir sterben, dann ist nicht mehr so schlimm... Eigentlich ist es jetzt schon eine gute Runde, aber... Wär es kacke wenn wir... Oh oh... Okay, der hat uns nicht gesehen... Bist du doof? Der hat uns nicht gesehen... Hä? Nein... Wer uns gelasert hat... Ja okay, aber dann würde ich sagen... Machen wir weiter mit dem nächsten Server... Bis gleich... Sojanien Server... Ich finde der PIN geht eigentlich noch... Der ist ungefähr gleich... Der geht ein bisschen höher... Aber ungefähr gleich... Unten zu der Kiste... Hier ist auch Biggie... Kiste... Hier sind schon mal ein paar Waffen... Aber ansonsten... Soll ich auch nix hier in 50 Schlesen haben wir... Das hat man auch sehr geil... Dann gehen wir nochmal in diese Fischerhütte da rein... Vielleicht bekommen wir mal eine PAN... Dann kann man direkt da oben hingehen... Vielleicht kriegen wir den Gegner... Wenn nicht da muss man noch eine Runde... Weil... Wie gesagt... Dann wäre es wäre langweilig... Dann wäre es wieder zu Ende... Deswegen... Ja... Versuche ich hier jetzt... Den Typ zu holen einfach... Geh jetzt einfach zu ihm hoch und... Ja... Hoffen dass der nicht der Beste ist... Ja... Das... Hallo... 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 Ja... Ernst jetzt... Stopp... Endlich... So... Das war kein Hiss... Das war kein Hiss... Jetzt... Ok... Jetzt kommt direkt der nächste oder was... Ok... hab ich gesehen... Noch einer. Ey, pass auf, hinter dir, ne? Da ist noch einer. Äh, da ist gut. Okay, ist nicht so firm. Versuch's, den da einfach zu snipen. Okay, das ist gut. Okay, da ist ein bisschen zu spüren. Und da ist ein bisschen zu spüren. Das ist ein bisschen zu spüren. Das ist ein bisschen zu spüren. Ich bin grad, sorry falls nicht so viel rede, aber ich bin grad echt bisschen konzentriert hier. Versuch. Am besten, ich wollt grad sagen, am besten kommt jetzt keiner von hinten, aber muss ja sein. Ich hab halt einfach, dass der, ja. Wollt grad sagen, ich hoffe jetzt einfach, dass der Typ von eben da nicht kommt und natürlich kommt der und hat einen besseren Pin als ich. Der soll auf mich scopen. Ich glaub, der will kommen, oder? Safe. Ja. Guck dir den anderen klein. Controller fast leer. Perfekt. Guck dir was zwischen den Zehen, was mich grad übelst nervt. Guck dir was. Guck dir was. Ach nee. Letzter Schuss, Leute. Was soll ich machen? Oh mein Gott. Ich hab keine Munition, da kann ich nicht mitmachen. Ich geh hin vor der S&D. Die Munition noch. Direkt weiter. Ich kann nicht mehr hier bleiben, Alter. Das ist zu viel. Ich hab kein hier. Ich hab kein Blue Life. Ich hab kein Schild, das auch kacke ist. Wenn ich einen Snipe-Hit bekomme, bin ich glaub ich tot. Das auch kacke ist. Okay, ich bekomme ein Schild. Bitte. 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 Ja. Zweimal hier. Viel weiter. Ach nein. Willst du mich verarschen. Immer noch der Kacktube, Alter. Okay. Ich hab mich grad nicht gesehen. Was ist denn? Luca ausmachen dann, ne? Ja, ich mach grad ein Video. Oh. Was ist denn das? Mein Gott, Digga. Endlich, Alter. Endlich. Die ganze Kacke vorbei, Alter. Noch nicht. Weil, der hat ja anscheinend gefeiert. Ne, hat er nicht. Ah, doch. Ach, das... Oh. Okay, gut. Dann hab ich ihn auch nochmal geholt. Sieht so aus, als hätten die einen Hut dabei. Ja, genug hier haben die schon mal. Ne? Ah. Ja, da hab ich aber nichts mehr zum Sprayen, deswegen mach ich das lieber nicht. Ne, vielleicht mit dir eher nochmal besser. Ja, hier blau. P90 aber auch. Nice, ne? Ne, lass mich ja lieben. Scheiß drauf. Ähm. Direkt weiter, würde ich sagen. Wenn ich nicht viel rede, dann ist es entweder, weil ich keine Ideen habe, ich sagen soll, oder weil ich fighte. Meistens ist es vielleicht keine Ideen, aber ich sagen soll. Bist du irgendwas? Wegen nochmal? Okay, nehm ich. Wenn ich jetzt ein Headshot-Sniper bin, dann wäre das echt eben los. Okay. Ich würd's ja mal machen, dann mal in die Richtung von dem Gegner. Hier bei der Tanker, das gibt der glaub ich nicht. Wieso? Okay, okay. Mein Ziel kommt raus, glaub ich. Doch, das ist mein Ziel. So eine Scheiße, ne? Mein Controller geht einfach aus und ich bekomme den Headshot-Snipe. Es ist so kacke, ey. Die sind so kacke gewesen alle, ne? Ich hätte ihn da oben den Headshot-Snipe gegeben, den hätte ich easy geholt. Junge. Dass wir da gestorben sind, war echt kackig. Ich bin mir sicher, wir hätten auch noch den Wind holen können, auf jeden Fall. Aber da kann man nichts gegen machen. Also, somit, tschau.